Es gibt nur zwei Geschlechter. Damit lässt sich im Prinzip der Skandal zusammenfassen. Mit diesen fünf Wörtern hat es begonnen beim Fußballverein Bayer 04 Leverkusen. Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Damit vertreten sie die Meinung der absoluten Mehrheit der Bevölkerung weltweit und auch die der altmodischen Wissenschaft für Grundschüler, dass es eben Mann und Frau zwei Geschlechter gibt. Für den DFB gilt das Banner als diskriminierendes, unsportliches Verhalten. Und das soll den Verein jetzt völlig zu Recht wegen seiner diskriminierenden Haltung 18.000 Euro Strafe kosten. Das Urteil hat eine Signalwirkung, aber bestimmt nicht die, die der DFB hier im Sinn hatte. Denn kurz danach schließen sich zwei weitere Vereine an, beziehungsweise deren Fans. Erst Dynamo Dresden mit, es gibt nur einen lächerlichen DFB und zwei Geschlechter. Kurz danach Energie Cottbus. Es gibt nur zwei Geschlechter, beide verachten den DFB. Ich finde beide super. Die Ironie dahinter beschreibt Jan Karon sehr treffend. Der Deutsche Fußballbund, der den Fußball entlang der biologischen Binarität in einen Männer- und Frauenwettbewerb einteilt, wollte Tugendhaftigkeit zum Verbands-Gredo machen, merkt aber nun, dass die Fankurven und Fußballfans nicht Gender Studies absolventen, sondern zuvorderst Menschen sind, die diesen Wahnsinn nicht verstehen. Auch wird im Artikel auf eine ältere Aktion von Hansa Rostock hingewiesen. Im Jahr 2022 zeigten sie dieses Banner in Wolgast. Euer Gender-Scheiß interessiert in Wolgast keine Sau. Hier gibt es nur Jungs, Mädchen, Mann und Frau. Und weiter. Niemand, der das als Außenstehender verfolgt, versteht, warum biologische Realität nun diskriminierendes, unsportliches Verhalten sein soll, wie es in der Pressemitteilung des DFB heißt. Andere Medien schreiben von Transfeindlichkeit. Der Tagesspiegel zum Beispiel. Mit ihrem Banner positionierten sich die Leverkusen-Fans gegen die Anerkennung von geschlechtlichen Minderheiten. Hintergrund dürfte unter anderem die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz sein, dass die Änderung des Geschlechtseintrags bei trans-, nicht-binären und intergeschlechtlichen Personen vereinfachen und noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Den Hintergrund dazu könnte man bei den Fans ja vielleicht einfach mal erfragen. Vielleicht geht es ihnen einfach nur um das Aussprechen simpler biologischer Wahrheiten in einer Welt, in der das anscheinend nicht mehr zur Normalität gehört. Das ist natürlich deutlich langweiliger als irgendwelche außergewöhnlichen Identitäten, die jemanden zu etwas ganz Besonderem machen. Außerdem ist die Rede davon, dass die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern bereits auf juristischer Ebene im Jahr 2019 anerkannt worden sei. Das ist aber so nicht ganz richtig. Es geht hierbei um Menschen, die nicht medizinisch, nicht eindeutig der Kategorie männlich oder weiblich zugeordnet werden können. Das heißt, es geht um Menschen, die Merkmale von beiden Geschlechtern haben. Und wenn es zwei Geschlechter gibt und ich habe Merkmale von beiden, dann ist das kein neues Geschlecht, was daraus entsteht, sondern einfach nur eine biologische Anomalie. Und das ist doch überhaupt kein Problem, ändert aber nichts an der wahren Aussage, dass es eben nur zwei biologische Geschlechter gibt. Ich weiß nicht, was für ein Beispiel das verdeutlichen würde, aber wenn ich auf mein Auto irgendwie andere Felgen drauf schraube, habe ich ja auch kein neues Modell erschaffen. Oder dann ist es plötzlich kein Auto mehr, sondern ein LKW. Ich kann zum Beispiel meinen VW-Bus in dem Fahrzeugschein als LKW eintragen lassen. Das macht das Fahrzeug aber auch noch nicht zu einem Lastkraftwagen, sondern es ist ein PKW mit einer LKW-Eintragung. Wenn ich jetzt einem Mann den Penis abschneide oder einer Frau die Brüste und das im Ausweis dann ändern lasse zum Mann oder Frau, ist das ein Mann ohne Penis, eine Frau mit abgetrennten Brüsten und diesem Eintrag im Personalausweis. Das macht einen Mann nicht zu einer Frau und eine Frau nicht zu einem Mann. Für mich ist das in erster Linie auch keine wirklich politische Aussage, denn um Wahrheiten akzeptieren zu können oder anzuerkennen, muss ich mich nicht im linken oder rechten politischen Spektrum positionieren. Und genau dieses Politikum, so wie die Regenbogenbinde bei der WM in Katar, geht den meisten Fans nun mal auf die Nerven. Ein weiterer Verein zieht nach. Eintracht Braunschweig, vorgestern. Sehr geehrte Damen und Herren, Punkt. Und daneben die Symbole für männlich und weiblich zu sehen. Und auch der Chemnitzer FC beim Spiel gegen Energie Cottbus. Es gibt nur zwei Geschlechter, das sieht selbst ein Blinder. DFB-Fanshop, Herren, Damen, Baby und Kinder. Auch hier ist der DFB anscheinend nicht divers unterwegs, sondern sehr diskriminierend binär. Woran liegt das? Ich habe beim DFB nachgefragt, bisher war leider keine Antwort erhalten. Ich bin auf die nächsten Urteile, die da kommen mögen, von seitens des DFB sehr gespannt. Die Strafe von 18.000 Euro für einen Erstliga-Verein ist gemessen an vergangenen Strafen gar nicht mal auffällig hoch, wenn wir es zum Beispiel mit Pyrotechnik vergleichen. Dort liegen die Strafen bei weit über 100.000 Euro. Und das auch außerhalb der 1. oder 2. Bundesliga. Es gibt auch ein weiteres Urteil für ein linksextremistisches Banner vom FC St. Pauli aus dem Jahr 2017. Morgen jährt sich der Bombenangriff auf die Zivilbevölkerung in Dresden von 1945. Fans des FC St. Pauli hielten einen Banner hoch mit der Aufschrift »Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt« gegen den deutschen Opfermythos. Der Verein und der Sprecherrat des offiziellen Fanclubs hatten sich entschuldigt. Dresden hatte die Entschuldigung angenommen, schrieb damals der Tagesspiegel. Das war in der 2. Bundesliga und das kostete den Verein läppische 5.000 Euro. Wenn wir das nun vergleichen, sich über Dresden über mehr als 25.000 getötete Menschen lustig zu machen, das als einen Opfermythos zu beschreiben, was nach heutigen Standards glasklar und ohne jeden Zweifel ein Kriegsverbrechen ist. Und das mit dem Spruch »Es gebe nur zwei Geschlechter« vergleichen, 5 zu 18.000 Euro, das ist ein absoluter Hohn und an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Ich bin froh und erleichtert, dass es abseits von Linksextremisten unter den Fans des St. Pauli einfach noch normal denkende Menschen, normal denkende Fans in anderen Fußballvereinen gibt. Und ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Banner zu dem Thema war. Wer weiß, vielleicht schaue ich mir in Zukunft sogar mal ein Spiel selbst an. Das war es von mir heute. Wie immer noch die Erinnerung mit dem Code »Morgenstern« gibt es 10% auf ein Abo bei der Krautzone. Den Link dazu findet ihr unten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut.